ja hallo wir sind es wieder timi und ich sind ja wieder am rückreisebecken und ich sehe hier ein grau reihe es ist auch so ruhig hier keine enten zu sehen die graugänse es ist auch so ruhig hier es ist auch so ruhig hier so ist es die mutter mit den jungen er fliegt weg so 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 kann sein dass sie da drüben sehr klar auf der insel sich da näher gelassen haben erst mal so 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 so